moin leute hallo und herzlich willkommen zurück zu folge 58 let's play city skyline snowfall in der letzten folge haben wir angefangen hier unsere reaktoren unsere kraftwerke ein bisschen auszubauen beziehungsweise diese beiden atomkraftwerke hier zusammenzuziehen ich mache jetzt gerade hier eine aufnahme session mit mehreren folgen die ich jetzt am stück aufnehmen werde und deswegen genau falls jetzt schon irgendwelche vorschläge kommentare in dem video stehen in dem anderen habe ich jetzt gerade keine möglichkeit darauf zu reagieren weil ich wie gesagt jetzt hier ja aufnahmeblock mache wir werden jetzt direkt da weitermachen wo wir bei der letzten folge aufgehört haben das heißt hier noch so ein riesiges umspannwerk auf jeden fall bauen wir gucken dass das hier noch ein bisschen größer wird genau einmal hier dann hier noch so ein ding hin platzieren hier und da und da genau und jetzt gerade mal überlegen das könnten wir eigentlich auch mal hier drüben auf die seite eventuell so ein bisschen drüber bauen mal gucken genau hier noch mal 12 und drei und dann vielleicht noch einen vierten und dann hier noch so zwei eingezäunte dahinter zack und zack genau und jetzt kann man überlegen das könnten wir vielleicht auch direkt noch hier neben dieses kraftwerk so bauen einmal zweimal und dreimal genau und dann hier drüben vielleicht auch noch mal eins so eins ein bisschen näher ranzoom zwei und drei und vier und dahinter noch mal diese anderen hier zack eins zwei drei vier so jetzt gleich wenn die noch eingezäunt und mit diesen hochleistungsmasten auf jeden fall verbunden hier drüben auf jeden fall noch mal drüber so und jetzt einmal kurz escape drücken ich muss jetzt gerade hier noch mal das fenster hier unten öffnen um das fenster zu schließen dafür gehe ich dann einmal hier auf die wege so und dann draw prop line so im moment nicht delete line so da gehen wir jetzt fans ein und dann gucken wir gerade mal was wir hier auf jeden fall für zäune haben ich würde hier auf jeden fall so ein prison fans nehmen da mal gerade gucken ein bisschen größer auf jeden fall womit wir dann erstmal das ganze kraftwerk hier ein bisschen absichern können das ist auf jeden fall mega wichtig gerade mal gucken sieht man diesen zaun überhaupt ne ich sehe gerade auch wo das problem liegt der versucht den hier gerade falsch zu platzieren moment mal weg genau der versenkt das hier dann nämlich im boden das ist jetzt natürlich super so machen wir das hier nochmal kurz weg prison fans so dann gerade mal schauen wir haben auf jeden fall hier noch diese industrial fences die platziert er ja alle unter dem boden ja da hat das terraforming tool auf jeden fall ganze arbeit geleistet dadurch dass wie gesagt hier alles immer so angehoben wird durch die mauern das erkennt das spiel quasi nicht als anheben an für so diese zäune platzierung das heißt ich muss jetzt eigentlich hier noch mal mit diesem tool das ganze noch mal manuell so ein bisschen anheben und ich hoffe das wird dann auch richtig erkannt hier ich kann mal gucken das hier vorne muss sowieso noch mal abgeglättet werden so genau so die kleine straße die müssen wir auf jeden fall auch mal abreißen zack genau dann können wir das hier vorne auch nochmal weg machen moment einmal hier dass wir hier sozusagen das ganze mal auf die höhe ein bisschen bringen so ein bisschen abglätten genau dann hätten wir das auf jeden fall so jetzt probiere ich es nochmal gerade mit dem zaun ansonsten müssen wir das irgendwie anders lösen draw a line so dann hier nochmal auf den prison fans und wir platzieren den jetzt nochmal hier drüben am besten ja und der versinkt im boden ist natürlich super delete line nochmal auf draw line hoch jetzt bin ich gerade in ego perspektive gegangen wie könnte ich das denn machen jetzt vielleicht ist die size hier auch einfach ein bisschen zu groß und der kommt damit irgendwie mit der größe nicht klar oder so ja daran könnte es eventuell auch gelegen haben wir bauen jetzt einfach mal gerade genau hier so diesen zaun entlang genau dann machen wir hier einfach mal weiter jetzt hier gerade gucken dass wir nahtlos anschließen einmal hier hinklicken und ziehen genau das ganze einmal bis hier drüben hin genau und dann weiter draw line nochmal prison fans long und dann hier nochmal drauf geklickt so einmal bis hier hin wir müssen jetzt gleich auf jeden Fall noch dran denken dass wir irgendwie hier noch so einen straßenanschluss hinbauen ähm alter was ist denn das für ein geiler güterzug hier ist ja übertrieben lang guckt euch den mal an stark ich habe auf jeden Fall ein paar mods runtergeladen aber irgendwie den hatte ich gar nicht mehr auf dem schirm sehr schön okay wir könnten natürlich gucken ja wobei hier das ist halt schon so maximal überlastet hier alles ähm müssen wir eben mal gucken wie wir das am besten machen ah dieser rückstau hier ne wahnsinn der geht echt nur weil die ganzen leute hier rüber in diesen äh ja hier sozusagen rüber fahren müssen da müssen wir uns auf jeden Fall noch was überlegen vielleicht auch in dieser folge dass wir da noch ein bisschen rumexperimentieren ähm was wir da am besten machen könnten das mit dem Abbiegen hier zum Beispiel geht mir auch viel zu langsam die wollen natürlich alle nach rechts weil das eben ein Einbahnstraßensystem ist benutzen aber eben kaum die rechte Spur weil ja die irgendwann wieder links abbiegen müssen und sich dann keine Ahnung direkt doof einordnen na wenn die hier alle nebeneinander stehen würden und so dann würde das auch einfach voll gut funktionieren aber so gibt es natürlich dann extrem Stau und ich meine guckt euch diesen Rückstau an das ist echt das ist echt heftig also der geht ja mittlerweile bis hier drüben und ja da müssen wir auf jeden Fall Alter da müssen wir uns auf jeden Fall was überlegen Alter was für ein Mörderstau ist hab ich ja noch nie gesehen krass aber wir nutzen hier die Alternativautobahnen gar nicht doch die werden auf jeden Fall genutzt aber irgendwie nicht richtig was ich mal überlegen könnte was man machen könnte ähm Kraftwerk bauen wir sofort weiter ich möchte mal eben kurz was ausprobieren ähm und zwar dass wir hier sozusagen so eine Abfahrt und so eine Auffahrt hinbauen Moment das war jetzt ah Mist das war das falsche Tool scheiße ähm gerade hier abreißen so genau dann einmal kurz hier sozusagen diese einspurigen Straße hier drüben anschließen zack einmal bis hier und dasselbe machen wir hier drüben auch nochmal so genau und ich hoffe jetzt sozusagen dass sich die Spuren hier nicht gegenseitig in die Quere kommen wir probieren das jetzt einfach mal aus gucken ob das eventuell funktioniert ähm und hier ja hier biegen die jetzt natürlich so zweispurig ab ich guck gerade mal vielleicht dass man hier anstatt einer Autobahn irgendwie dass man das hier irgendwie nochmal breiter macht oder so ich sehe immer so ein breites und hier so ein breites Ding hin hier vielleicht auch so jetzt haben sie natürlich erstmal ein Problem ich mach jetzt gerade mal etwas das würde man vielleicht als Cheaten bezeichnen aber ich werde jetzt den Verkehr einmal komplett löschen und ähm genau wir gucken jetzt einfach mal ob sich das Ganze dann hier eventuell ein bisschen besser entwickelt so ähm Kraftwerk genau da waren wir stehen geblieben was ist hier los nicht genügend Treibstoff die brauchen gleich auf jeden Fall Kohle hoppala jetzt habe ich die auch so gesehen hier hat den Fens abgerissen nein hallo ich will Drawline wieso reißt der die denn jetzt ab herrlich so nochmal hier rüber gucken wir auf jeden Fall nochmal schnell neu bauen so einmal hier rüber und dann bauen wir die Anschlüsse am besten hier hinten hin hier haben wir wie gesagt noch so ein bisschen Platz hier und dann ziehen wir das direkt hier rüber vielleicht dass wir hier sozusagen die Einfahrt machen hier drüben ähm das heißt einmal hier eine Abfahrt und eine Auffahrt auf der Seite und da machen wir es jetzt entgegen aller Logik oder beziehungsweise ich habe gehört bei Ulm und so gibt es solche Abfahrten sogar dass wir sozusagen die Abfahrten hier links von der Autobahn machen hier drüben so einmal auf 12 hoch genau dann einmal hier so eine kleine Kurve nach hier drüben und das Ganze dann hier anschließend wieder runter so dann hätten wir das einmal und dasselbe machen wir hier drüben auch nochmal mit der Auffahrt von der Seite aus dass wir hier so eine kleine steile Kurve hinbauen hoch Moment das können wir auch besser ähm vielleicht machen wir es auch anders dann bauen wir es nämlich einfach hier so rüber zack einmal schon am Schornstein hier entlang genau dann bauen wir die Auffahrt sozusagen ganz woanders hin dass wir die hier drüben sozusagen hinbauen die Auffahrtsysteme das heißt einmal vielleicht hier so eine hin genau und dann bauen wir hier sozusagen dann die Auffahrt die dann sozusagen hier einmal auf 12 hoch geht und dann na na hier einmal gerade rüber und dann anschließend hier runter geht ein Stückchen ein Stückchen nach drüben würde ich die gerne anschließen vielleicht hier erstmal kurz ein bisschen runter so na bis hier hin und dann hier einfach anschließen genau damit hätten wir das auf jeden Fall auch jetzt gerade mal gucken was ist hier passiert Einbahnstraße? warum? wo ist das denn hier eine Einbahnstraße? ne geht doch alles in die richtige Richtung gerade mal gucken irgendwie der spinnt hier gerade ein bisschen rum ähm ich mach gerade ach der hat da noch die Auffahrt runter tada schon gewundert so bauen wir mal eben kurz hier aber ohne Lärmschutz so eine ganz normale Autobahn kann ich das gar nicht doch so genau die ganz normale Autobahn machen wir jetzt na so genau das Ding hier einmal anschließen zack genau gut damit hätten wir das auf jeden Fall auch und jetzt ähm müssen wir auf jeden Fall unseren Zaun noch weitermachen das heißt äh Moment Escape drücken zweimal dann auf Draw Line dann den Zaun hier auswählen und jetzt hat er schon wieder das Abrisstool ich sehe das doch mein Lieber Delete Line Draw Line Prison Fence ey was ist denn da schon wieder los der backt wieder mega rum so jetzt genau dann einmal kurz ja hier rüber bis hier hin und äh hier müssen wir auf jeden Fall noch ein paar Bäumchen abreißen glaube ich ähm hier vorne kann man gucken dass ich hier nochmal gerade reingehe in das Terraforming Tool dann hier drauf und dann erstmal kurz diese ganzen Bäume hier wegsäbel so hier vorne auf jeden Fall auch und hier drüben dass wir hier auf jeden Fall auch noch den Zaun so schön entlang bauen können so na genau nochmal hier drauf dann auf die Wege damit das Tool hier auf der linken Seite weg geht und dann machen wir weiter äh kann man gucken einmal genau hier ist dann sozusagen die Schleuse dann geht es hier einmal rüber über diesen Schornstein na genau bis hier hin und dann hier mal Draw Line und genau dann einmal hier kann man gucken genau schön hier am Schornstein runter bis da vorne hin und dann geht es hier sozusagen weiter Draw Line gucken wir uns nochmal an so und genau dann einmal hier hoch und dann einmal na hier rüber oder bauen wir das direkt hier so entlang komm wir bauen das direkt hier so runter und dann äh haben wir das jetzt gleich auch fertig endlich Moment den habe ich gerade doof platziert Delete nochmal und dann auf nein Delete genau dann nochmal auf Draw Line und dann hier und dann äh hier Ratchet du hattest mir übrigens mal einen Tipp gegeben mit einem Tool womit ich auch Kurven malen kann mit solchen Props hier ähm wäre cool wenn du mir das mal reinschreiben konntest ich ich habe den Kommentar letztens gesucht ich habe es mir vergessen aufzuschreiben und jetzt finde ich das Ding nicht genau wäre auf jeden Fall cool wenn das nochmal irgendwie kommen würde denn wie gesagt ich finde das Tool hier so ein bisschen fummelig allgemein also das würde ich gerne austauschen ihr habt das ja gerade gesehen das ist gar nicht so einfach damit was zu bauen so und jetzt äh ganz wichtig hier erstmal die Parkanlagen ausmachen ich werde nämlich jetzt noch einen Betonuntergrund bauen so das heißt jetzt erstmal kurz nach drüben rödel 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 so genau dann haben wir hier die Möglichkeit äh mit Umschalt P und Steuerung A genau sozusagen hier nochmal Beton unten drunter zu platzieren na genau jetzt gerade mal gucken die Motte hier ist schon echt geil also mit diesen Untergrund Texturen die man dann hier platzieren kann so dann haben wir das nämlich einmal und genau ja hier drüben nochmal so ein bisschen ich glaube das passt genau dann machen wir das hier auch nochmal hier müssen wir nochmal ein bisschen drehen genau und dann einmal na genau hier nochmal und dann hätten wir die ganzen Schornsteine auf jeden Fall auch so weit zugekleistert hier drunter jetzt natürlich auch nochmal über ein bisschen Beton machen so wie wir das im Hafen bis jetzt auch gemacht haben genau dass man hier auf jeden Fall diesen Rasen nicht mehr sieht denn diese Wiesenfläche diese Grünfläche die passt einfach finde ich nicht zu einem Atomkraftwerk da ist das auf jeden Fall mit diesem Untergrund ein bisschen interessanter sieht auf jeden Fall schöner aus oder eher nicht schöner aber irgendwie cooler genau so einmal hier rüber na komm schon wir brauchen gleich auf jeden Fall noch so eine Feuerwehr hier irgendwie in diesem Bereich falls hier mal was anfängt zu brennen gerade bei so einem Atomkraftwerk ist das ja nicht so ganz ungefährlich wie wir seit Tschernobyl und Fukushima wissen äh ja ist auch immer nicht so schön wenn da alles anfängt zu strahlen oder so ein Grafitbrand wie in Tschernobyl ähm apropos kleiner Game-Tipp von mir falls ihr es nicht eh schon gespielt habt Metro 2033 und Stalker unglaublich geile Games also wenn ihr so ein bisschen auf atmosphärische Horror-Shooter steht guckt euch die beiden Games mal an ich weiß das ist jetzt hier wieder ein bisschen Werbung aber äh kann ich wirklich nur wärmstens empfehlen die beiden Spiele ich finde die wirklich richtig gut so jetzt gerade mal gucken na genau hier noch und äh hier vorne machen wir auch noch eine Textur hin so jetzt haben wir noch diese kleinen da aber die mache ich jetzt hier mit diesen kleineren Bodentexturen dicht genau immer das hier und dann das hier einmal hier einmal hier einmal da und dann hier oben noch genau so damit hätten wir auf jeden Fall unsere nukleare Power Plant soweit fertig und bauen jetzt hier gerade noch eine äh Feuerwehr auf jeden Fall hin so ich kann mal gucken bauen wir hier so eine alte hin ich glaube die passt auch ganz gut ja sehr schön ne läuft ok könnt ihr mal in die Kommentare schreiben wie euch das Kraftwerk allgemein so gefällt da werde ich jetzt wie gesagt noch ein bisschen Feintuning machen vor allem hier mit diesen äh ja mit diesen Dingern hier also den äh Hochleistung Hochleistungsmasten nein Hochleistungsmasten natürlich genau die ich dann einmal hier so anschließen werde oh ich sehe gleich schon muss ich hier schon wieder äh Mist muss gleich den Beton wieder neu platzieren das hätte ich später machen müssen weil diese Leitungsmasten die anscheinend irgendwie nicht so ganz vertragen die reißen die wieder ab genau einmal bis hier hin und äh machen wir hier auch nochmal kurz zack einmal hier rüber und äh Moment den zeigt der jetzt gar nicht an auch nicht schlecht machen wir auch nochmal kurz weg und dann noch einmal so genau hier rüber genau und dann machen wir das hier auch nochmal dass wir von diesem Kraftwerksblock hier sozusagen einmal so einen Oberleitungsmast hier rüber führen und äh kann mal gucken genau und dann müssen wir das gerne natürlich hier drüber auch nochmal machen da verbinden wir ja auch nochmal alles so einmal hier rüber genau und ähm einfach so für den Gag machen wir das hier vielleicht auch nochmal ja so vielleicht drüber gerade mal gucken ne das passt nicht okay dann machen wir das eher hier vorne einmal alter was macht der denn da wieder für ein Unsinn ehrlich ne komm dann lassen wir den einfach mal weg so und dafür schließen wir das hier vorne nochmal so ein bisschen verknüpfen das hier vorne nochmal einmal bis hier hin zum Zaun und dann sozusagen hier einmal rüber genau und dann äh können wir das jetzt hier sozusagen alles rausführen ne ruhig schön viele Kabel überall platzieren das ist immer gut für so ein Kraftwerk so hier noch eins und äh hier noch vielleicht eins und äh kann mal gucken hier noch eins genau so und dann können wir das hier vorne einmal anschließen herrlich sehr schön so und was wir eigentlich noch machen könnten ist dass wir hier noch so ein Ding platzieren das hier vielleicht noch so drüber rüber führen wir gucken uns das jetzt gerade mal an herrlich richtig geile Sache so jetzt muss ich leider doch nochmal den Beton hier platzieren tut mir leid das war jetzt natürlich irgendwie ein bisschen äh ja habe ich wieder ein bisschen schnell gebaut alles hier irgendwie in der falschen Reihenfolge so wie gesagt erst alles fertig machen und dann den Beton platzieren das ist auf jeden Fall so eine Grundregel die man eigentlich beachten sollte ähm so deswegen wir müssen das jetzt auf jeden Fall gerade nochmal neu platzieren macht aber nichts das ist auf jeden Fall schnell erledigt wir nehmen jetzt hier gerade nochmal diese ganz großen Platten genau einmal hier und hier genau und dann äh hier drüben einmal und äh so ein bisschen drehen genau so rum geht es nämlich das ist kompatibel auf jeden Fall genau so damit hätten wir das jetzt auf jeden Fall fertig und hier geht der Stau schon wieder los Alter geht mir das auf den Sack ja klar die haben hier natürlich diesen Auffahrtsstau hier unten weil die sich ja auch immer alle direkt auf die rechte Spur einsortieren müssen ich muss gleich rechts abbiegen ich sortiere mich direkt rechts ein und alles staut sich boah das geht mal ehrlich es ist so nervig ähm man könnte gerade mal gucken ob es vielleicht hilft wenn man das hier irgendwie so ein bisschen breiter noch macht sieht auf jeden Fall scheiße aus ähm wieso sieht das so doof aus Moment wir machen das gerade nochmal neu hier einmal so anschließen genau machen wir jetzt erstmal hier so richtig schön mehrspurig hier zack und zack und dann äh kommt hier der vierspurige Abschnitt dann hier der äh genau machen wir das hier einfach so sehr gut okay und dann schließen wir das Ganze jetzt nochmal an hier und äh eventuell können wir müssen wir ja auch nicht mit Autobahn arbeiten also Autobahn teilen sondern wir müssen irgendwie gucken dass wir hier so diese normalen Auffahrtssysteme nehmen ähm müssen wir einfach mal gucken so einmal Wiedergabe jetzt despawnen ganz viele Dinger und äh die bleiben wieder alle hier stehen da hilft leider nur einmal Verkehr löschen weil ansonsten gibt es hier immer so Rückstau mit diesem Anfahrtsding das ist mal richtig nervig genau so ja damit hätte ich es glaube ich jetzt auch soweit fertig gemacht hier für diese Folge wir hätten auf jeden Fall jetzt das Atomkraftwerk soweit fertig äh Kleinigkeit fällt mir gerade auf was ich noch machen möchte und zwar habe ich gedacht so äh bei so einem Atomkraftwerk das braucht ja Wasser und dementsprechend ist es relativ realistisch wenn wir hier Wasserpumpen hinsetzen so ein paar so ja ähm ich muss jetzt gerade mal gucken wir haben hier hinten unsere Klärwerke aber ich glaube die sind weit genug weg dass wir hier auf jeden Fall Wasser absaugen können ich hoffe es mal ich gucke mir gerade mal hier im Infofenster die Verschmutzung an und ich glaube das ist ganz gut ich meine klar ihr seht hier unsere Ausbreitung aber hier drüben ist es noch nicht angelangt das müsste eigentlich dann auch so weit hinhauen so das heißt jetzt gerade mal diese ganzen Wasserpumpen bauen wir hätten seht ihr gerade oben eh langsamer welche bauen müssen die Wasserverfügbarkeit war schon nicht mehr so positiv genau damit hätten wir das auf jeden Fall auch und das Kraftwerk fertig und deswegen würde ich sagen jetzt diese Folge auch beenden das ist jetzt die Samstagsfolge und genau ich werde es jetzt leider nicht mehr schaffen ich wollte gleich noch ein bisschen Planet Coaster aufnehmen vielleicht schaffe ich es morgen noch eine Sonntagsfolge aufzunehmen mal gucken ähm in diesem Sinne danke fürs Zuschauen haut rein Daumen nach oben natürlich nicht vergessen beziehungsweise Tipps Tricks Kritik etc wäre natürlich eine super Sache und äh genau ansonsten würde ich sagen danke fürs Zuschauen haut rein bis zum nächsten Mal ciao euer Memphisis das fandet Man die die wie die 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 die